Frohe Weihnachten und herzlich willkommen beim GreboZars Adventskalender 2016. Ja, es ist wieder soweit, die besinnliche Zeit setzt ein. Jeden Tag wird ein Türchen geöffnet bis zum 24.12. Ja, und dieses Jahr machen wir das auch auf dem GreboZars Kanal hier auf YouTube. Und zwar werden wir jeden Tag ein Video hochladen. Das bezieht sich dann in dem Fall auf Minispiele, die wir spielen werden, damit es immer in die gleiche Richtung geht, ihr gleiche Videos habt, euch nicht zu stark umstellen müsst und die werden auch relativ kurz sein. In jedem dieser Videos, wie gesagt, 24 Stück, 24 Tage, jeden Tag eins, wird ein Buchstabe versteckt sein, den ihr findet. Es können auch zwei sein, das kommt immer darauf an, weil wir müssen gucken, wie lange der Text ist. Das heißt, ein bis zwei Buchstaben werden in diesem kurzen Video drin sein. Und die müsst ihr euch notieren, weil die werden am Ende noch wichtig. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Bindestrich ist, heißt das, es kommt aber ein neues Wort. Also merkt euch das. Buchstabe und Bindestrich ist danach dann ein neues Wort. So, und auf jeden Fall, ja, kommt dann am 24. und 25. in den Dreh rum das Video, wo alle dann dieses Lösungswort bitte so unterschreiben, die mitmachen. Weil, ich muss ja auch schon wissen, wer die Videos geguckt hat, deswegen ist dieses Lösungswort dann dafür da. Und unter die ganzen Leuten, die dann das richtige Lösungswort haben, wird etwas verlos. Das kann ein Steam-Gutschein sein, das kann ein Amazon-Gutschein sein, PaySafe-Card, wie auch immer die Person das am liebsten möchte. Es kann auch ein Spiel sein, falls die Person spielen möchte. Da gucken wir dann, da reden wir dann mit der Person direkt drüber, damit ihr noch am meisten Spaß dran habt. Und joa, ich hoffe mal, es werden viele mitmachen. Ich denke, es ist ein ganz schönes Projekt. Und ich hoffe auf viele Leute, die den richtigen Kommentar am Ende drunter schreiben und sage bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.